Wahre Freundschaft ist unbezahlbar. Hast du mit mir einen Trick? Hast du Geld dabei? Sie verbindet in guten wie in schlechten Tagen. Unsere Film-Highlights mit Star-Besetzung. Jetzt sind wir an dem Platz, wo wir beide uns kämen. Zum internationalen Tag der Freundschaft. Haben wir jetzt genug fertig hingeguckt? Können wir mal einen Cherry trinken gehen? Am 30. Juli ab 20.15 Uhr. Volles Programm. Nur auf Romance TV. Ander getracht. Univers those in秋 in flamingacy.